was geht ab leute, Hong hier heute mit einer ja ich würde sagen Reaktion Hong Reacts und zwar diesmal kein Video aber die Videos werden wieder folgen demnächst wieder ein paar von den alten Folgen und vielleicht paar neue Sachen, die ich so finde aber heute Hong Reacts ein Chipartikel von 2016 hat einer in der Gruppe gepostet und es ist eigentlich ziemlich witzig so zurück zu schauen und allein der Titel Pokémon GO ab Level 25 so hart wird es für die besten Spieler Alter vom 22.07.2016 also wenige Wochen nach Release ich bin gespannt ich habe es mir noch nicht ganz genau angeschaut das ist sogar ein Video wir schauen uns das Video an 42 Sekunden in Pokémon GO schneller steigern mit einem Trick erhaltet ihr besonders viele Erfahrungspunkte nutzt ihr nämlich ein Glücksei bekommt ihr innerhalb von 30 Minuten für jede Aktion doppelt soviel Erfahrungspunkte spart es euch also genau für diesen Zeitrum auf eure Pokémon zu entwickeln und Eilhaus zu brühen denn so erhaltet ihr für beide Aktionen jeweils 1000 Erfahrungspunkte besonders geeignet sind hier natürlich Radfranz, Tauksi und Honlyu da ihr diese Pokémon am häufigsten findet um möglichst viele Pokémon in kurzer Zeit zu fangen solltet ihr in der Nähe von Lockmodulen suchen je nach Wurf erhaltet ihr so mindestens 200 Erfahrungspunkte pro Pokémon wenn ihr eure Aktionen clever plant erreicht ihr während einer Glückseifhase locker mehr als 10.000 Erfahrungspunkte selbst damals schon wenn man einfach nur 30 Minuten entwickelt macht man 50 bis 75.000 was für 10.000 aber ok es gab das Spiel erst seit 2 Wochen seit 2 Wochen kann in Deutschland Pokémon GO gespielt werden und inzwischen stoßen die ersten Spieler an ihre Grenzen nach 2 Wochen anfangs ist es noch kinderleicht Erfahrungspunkte bei Pokémon GO zu sammeln man sackt in maximal 2 Würfen alles ein man sackt in maximal 2 Würfen alles ein was da kreucht, fleucht und schwimmt hin und wieder gibt es für einen Wurf bei dem man eigentlich meint ihn komplett versammelt zu haben sogar noch 10 Schönheitspunkte oben drauf was so könnte es Wig weiter gehen wird es aber nicht unter Reddit laufen deswegen schon die ersten Diskussionen heiß Pokémon GO ab Level 25 wird es zäh Alter Level 25 was hat man da gesamt EP 2 Millionen 3 Millionen wahrscheinlich nicht mal in einem langen Post zählt Reddit User RegnerGhost der zu den wenigen Spielern gehört die bereits Level 30 erreicht haben was natürlich krass ist innerhalb von 2 Wochen ich war Level 30 1. Oktober glaube ich das heißt ich habe 2 Monate oder so geworfen Juli habe ich ja nicht wirklich gezockt August und September und er hat es halt nach 2 Wochen gestoppt alle Probleme und Wachse auf die seiner Meinung nach den Spielspaß schmälern dazu gehören mangelnde Pokémon Vielfalt war halt damals echt so die seltsamen Kartenmaßstäbe um das Problem die angezeigten Standorte mancher Pokémon zu entdecken oh ja das alte System doch er füllt auch an dass das Weiterkommen in Pokémon GO ab Level 25 nur durch zählstes Grinding und Farmen von Items erarbeitet werden könnte selbst die gewöhnlichsten Anfangspokémon ließen sich ab einem höheren Level erst nach 5 bis 8 Würfen fangen das natürlich haufenweise Pokébälle kostet Glignagos gibt an von Level 29 bis 30 rund 1000 Pokébälle verbraten zu haben und meint dazu wenn Antic wirklich erwartet dass Spieler schon lange an PokéSops herumsitzen um genügend Munition für die halbe Million XP zusammen zu farmen halbe Million XP von Level 29 auf 30 achso ne von 30 auf 31 es braucht um auf Level 31 zu kommen sollten sie ihre Einstellungen nochmal überdenken zudem würden starke Pokémon am Anfang nicht mehr Erfahrungspunkte bringen als gewöhnliche was das Level ebenfalls erschwert Alter war das damals echt so schwer? Pokémon zu fangen? ein ganzes Jahr für Level 40 auch andere Spieler beklagen sich schon mal vorauseilen dass es in den Leveln bis 40 noch viel länger dauern könnte Fortschritte zu erzielen ein Spieler namens Click Fox hat sich die Mühe gemacht in einer Google Docs Tabelle hochzurechnen was dieses zähe vorankommen für die noch nicht erspielen das Level beleitet Wenn man fleißig draußen rumlagt und täglich 100.000 Punkte erzielt 100.000 Punkte krass der Unterschied Mann Alter 100.000 Punkte ist Alter ist halt nichts damals war es halt echt ne Menge aber jetzt ist das halt so gar nichts Wäuchte das eine gute Woche? Achso um Level 32 zu erreichen einen Monat für Level 36 etwa 1 Jahr für das derzeitige Höchstlevel 40 Alter Manche sind heute nach drei Jahren immer noch nicht Level 40 und für manche ist es halt unvorstellbar, die sind 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 mal Level 40, höchste Level 40, 520, was? Und 529 Jahre für das fiktive Level 73. Das klingt nach ziemlich viel vergeudeter Lebenszeit. Fragt es mal drei Jahre später, wie viel Lebenszeit wir vergeudet haben. Böse zum behaupten, dass Nantik damit die Spieler schadenweise in den Shop und damit in den sicheren Green tragen würde. Also damit nicht, aber mit Raidpassen und den kommenden Boxen, die in der Zukunft noch kommen werden. Damit vielleicht. Ist Nantik zu viel zu den Spielern? Keineswegs. Bei Pokémon Go geht es ebenso wenig wie bei seinem Vorgänger Ingress darum, möglichst schnell zu leveln. Das stimmt, das fragen mich so viele Haugen. Wie kann man am besten am schnellsten leveln? Erstens, die Antwort ist durch Freunde. Aber Gegenfrage, wozu wollt ihr schnell leveln? Es bringt eigentlich nichts, Level 40 zu sein. Okay, man kann Stops einrechnen oder so und manche Features werden erst Level 40ern angeboten und dann wird es runtergeschraubt. Aber das wird so schnell runtergeschraubt, ist eigentlich egal. Also Level 40er haben eigentlich gar keinen Vorteil. Besonders, sich für das Spiel in der Gruppe vorzubereiten. Das mühsame Einsammeln von Gegenständen, der lange Zeit aufwendige Weg zum Höchstlevel und die endlosen Laufkilometer dienen. Dem Zweck, dass die Spieler Geduld entwickeln, um Frustrationen zu ertragen lernen. Im Übrigen, mit Leuten, denen man nicht begegnet, kann man auch keine Gruppenspiele bestreiten. Und selbst wenn es blöd und abgedroschen und klingt, gemeinsam ist leicht verbindet. Was? Wir würden eigentlich jetzt damit anfangen, das Spielprinzip zu vereinfachen und damit zahllose, hochgepowerte Einzelkämpfer zu generieren, weil aus Boku und Go binnen kürzester Zeit die Luft raus. Wegen Knargenweide. Und trotzdem haben sie es so leicht gemacht, EP zu bekommen. Und trotzdem beschweren sich immer noch Leute, dass sie nicht Level 40 sind. Und trotzdem ist die Luft irgendwie noch nicht raus. Stellt euch mal vor, was gerade geschrieben wurde, wie lange es dauert, EP zu machen. Und wir machen jetzt an dem C-Day, indem wir einfach ein Glückseit zünden und Geschenke aufmachen. Mehrere Millionen in einer halben Stunde. Was für halbe Stunde? In den ersten 5 bis 10 Minuten, wie die Zeit sich verändert hat. Ja, lustiger Artikel. Ich finde es immer wieder lustig, den Vergleich von jetzt und früher. Okay, das Spiel war da zwei Wochen, also der Vergleich ist extrem. Zwei Wochen und jetzt drei Jahre. Aber wie sie damals rumgeheult haben, dass man zu lange braucht für EP und es zu schwer ist, Pokémon zu fangen und zu schwer ist, EP zu fangen. Echt unverstellbar, man. Auf jeden Fall, das war es von mir, Leute. Checkt die Videos von gestern ab, heute Abend Livestream und schaut euch an Pokémon GO 2016. Das war es von mir, ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Analyse ab, put them up, Instagram, Facebook, Twitter. Checkt die Shop ab, da gestern ich Pokémon seines Business.